Hallo, mein Name ist Erik Adler und ich bin seit 1990 international als Coach tätig. In den letzten Jahren durfte ich auch mit Herrn Martin Sutter und Herrn Carsten Griebel arbeiten. Und mit diesem Video mache ich nun etwas, was ich sehr selten tue. Wenn Sie Wert darauf legen, Geschäfte, Kooperationen, Projekte mit Personen umzusetzen, die immer hundertprozentig zuverlässig sind. Immer mit vollem Engagement und gemeinsamen Erfolg arbeiten, sich ehrlich für die Menschen interessieren und für seine Wünsche und nicht nur fürs Business, mit denen Sie sicher und vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Dann kann ich Ihnen aus langjähriger Coaching-Begleitung versichern, genau diese Eigenschaften finden Sie bei Martin Sutter und Carsten Griebel. Ihnen wünsche ich eine schöne und wertvolle Zeit mit tollen, erfolgreichen Projekten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.